Untertitelung des ZDF, 2020 Also, meine erste Frage ist, wie hast du ursprünglich diesen Entschluss gefasst, also wie kamst du darauf, alles wegzugeben und dann einfach obdachlos und mittellos zu leben und das auch so durchzuziehen für die ganze Zeit? Also was hat dich dazu bewegt? Ja, ich bin im jugendlichen Idealismus hängen geblieben, so im pubertären jugendlichen Idealismus, denn mit 13 Jahren bei einem Sonntagsspaziergang habe ich so in meinen Tagträumen mir überlegt, wofür soll man eigentlich leben? Also viele andere machen sich da auch Gedanken, ich habe auch mit meinem jüngeren Bruder, der war anderthalb Jahre jünger, schon darüber geredet, welche Berufe vielleicht, welche Häuser bauen, heiraten oder nicht, Urlaub, Hobbys und so weiter. Und irgendwann waren wir müde von der Planung des normalen bürgerlichen Lebens und jeder hing so seinen eigenen Gedanken nach und ich kam einfach so auf die Idee, mir mal vorzustellen, wie könnte es einem Menschen ergehen, der versucht so richtig friedlich, ohne die Beteiligung an Gewalt, an diesem Kampf gegeneinander so zu leben. Und dann schlug es innerlich ein erstes Mal ein, wie ein Blitz, ich erkannte, das ist ja durchaus möglich, das ist nicht eine Kuh mit zehn Hörnern oder ein Maßmännchen, man kann so leben, wenn man will. Und mir war sofort klar, dass ich das für unendlich viel wertvoller halten würde, als den Kleinkrieg um irgendwelche oberflächlichen oder unnützen oder jedenfalls nicht so wertvollen Dinge. Und dass ich da so eine Kultur des Friedens viel wertvoller finden würde. Verbunden damit schlug etwas anderes noch viel, viel, viel tiefer bei mir ein. Ein Blitz sozusagen, der dann eben mein ganzes Leben vollständig umkrempelte, auch mein Innenleben vollständig umkrempelte. Denn ich erkannte, dass ich quasi durch Zufall, durch diese Tagträume oder Fantasien, auf die Erkenntnis von etwas ganz Wichtigem für mich gekommen war. Und da war mir klar, ich bin durch Zufall auf wichtige Sachen gekommen. Ich will das Wichtige nicht dem Zufall überlassen. Ich möchte nicht, dass ich da dran vorbeischnittere vielleicht. Ich hatte den Blick auf die Menschen um mich herum, die ihre Autos wuschen oder an Fußball dachten oder derartige Dinge. Oder nur an Geld. An Geld denken da sehr viele, fast ausschließlich. Und da war mir sofort klar, wir Menschen können, ohne dass wir es richtig merken, voll entgleisen. Und das wollte ich nicht. Und ich wollte auch nichts mehr in der Hinsicht dem Zufall überlassen. Und deshalb habe ich mir gesagt, ich ordne mein Leben mit System, von innen her. Und ganz schnell kam ich dann auf die Einsicht, die bis heute auch so mein Strickmuster dafür ist. Also ich nenne das das sogenannte organische Denken. Das richtet sich nach dem Prinzip, immer auf die jeweils wichtigste Frage, die ich finden kann, die bestbegründbare Antwort zu. Klingt ein bisschen wie eine Selbstverständlichkeit. Weil wer will schon für unwichtiges und verkehrtes Leben? Also muss man sich ja dann nach dem Wichtigen und Richtigen auch fragen. Jedoch macht keiner. Die Wissenschaft und alle, keiner kümmert sich richtig um so ein grundlegendes Ordnungsprinzip. Du hast ja auch studiert. Also du bist erst nach deinem Studium dann im Endeffekt hingegangen und hast alles losgelassen. Ja, das war die Weichensteine. So geplant und hast du das Studium vielleicht noch gemacht, um das mitzunehmen? Nein, weil ich ein Schwächling war, ein Feigling, weil ich schuldhafte Umwege gemacht habe, weil ich nicht die nötige Power und den Mumm gehabt habe. Wäre mir damals mit 13 Jahren ein Mensch begegnet, mit dem ich über diese Dinge klar hätte sprechen können und der es vielleicht sogar gelebt hätte. Am besten noch eine heiße Frau, in die ich mich dabei verliebt hätte. Dann wäre ich damals auf die Straße gegangen. Aber so sah ich um mich herum nur Menschen, mit denen man nicht mal richtig klar reden konnte über solche Fragen. Ja, gerade bei Frauen gibt es sowas äußerst selten. Muss man schon sagen. Na, ich denke, das ist nur, im Grunde ist es was Menschliches, wovon es abhängt. Nämlich die Frage, wie man sich da entscheidet, wie man sein Wesen ja überhaupt sehen will. Ja. Ich habe später mal mit einem Plakat auf der Straße gesessen und da habe ich mir überlegt, was sagst du jetzt den Menschen? Und weil die vielen anderen Sätze, die ich geschrieben habe, haben sie nicht so interessiert, habe ich irgendwann hingeschrieben. Wen von euch interessiert eigentlich die eigene Säden? Was ist das? Ja, genau. Und solche Sachen. Und ja, jedenfalls, ich habe damals gesehen, welche Art von Wertestruktur ich für mein Leben befolgen wollte. Ich bin damals auch innerhalb von Wochen, nachdem ich mit dem organischen Denken anfing, auf das gesamte Programm dessen gekommen, was später Schenkerbewegung oder Bewegung für ganzheitliche Nachhaltigkeit, wie wir es nennen, dann ausgemacht hat. Ist ja auch sehr simple. Also wenn ich mich um das wirklich Wichtige kümmern will, dann ist es, wie werde ich glücklich und zwar nicht nur oberflächlich. Dafür muss ich mich fragen, was ist mein Wesen? Da sind sich eigentlich alle einig, von der Biologie bis zur Theologie. Die Biologie sagt, wir sind das denkende Tier, das Animalrationale oder der weise Mensch, Homo Sapiens. Und Theologie und Philosophie sagen, wir haben eine Vernunftseele. Und ja, war mir klar, was ist denn dann meine Erfüllung? Vernunft sucht nach Sinn. Am besten einen Sinn im Ganzen. Seele ist das, was mich mit dem Leben verbindet. Also wonach suche ich? Nach dem Sinnvollen und Guten für den gesamten Lebenszusammenhang. Was wir später jetzt in Schenkerbewegung dann auch so ausgedrückt haben, ich möchte versuchen, eine gesunde Zelle im Organismus der Welt zu werden. Oder man kann auch sagen, ich möchte zu Menschheitsfamilie werden mit anderen Menschen. Menschheitsfamilie oder Menschheitsfamilien, die sich dann in die große Gemeinschaft des Lebens, die Lebewesenfamilie sozusagen einordnen, war mir klar, darauf kommt es an. Weil wenn wir alles kaputt machen hier als Gelebensgründer. Für mich war das ähnlich. Also ich sehe das ja auch so. Also wenn wir so weitermachen, machen wir alles kaputt, du sagst es. Und ich habe mit 16 halt schon das auch irgendwie begriffen gehabt, dass die großen Unternehmen, also auch eigentlich schon früher, schon mit 8, 9 hat das angefangen, dass ich die ersten Male auch hinterfragt habe, was da für einen Wahnsinn an Firmen und Unternehmen gibt, die alles Mögliche kaputt machen hier in der Natur und unseren Lebensraum damit halt gefährden. Und mit 16 habe ich dann gedacht, boah, also irgendwie, ich würde jetzt am liebsten einfach nur alles hier liegen lassen und mit irgendwie einem kleinen Rucksack oder so mich auf den Weg machen, ohne Geld und ohne nichts und einfach nach Indien gehen und in der Hoffnung, dass ich da einen Guru finde oder irgendwas, damit ich weiterkomme, damit ich halt nicht hier hängen bleibe und so. Und ich war auch schon drauf und dran, das zu tun. Aber mein Vater hat die ganze Zeit gesagt, nein, das brauchst du gar nicht erst anfangen, ich schicke dir die Polizei hinterher. Und für mich war das halt dann so, hm, scheiße. Wenn ich halt jetzt losgehe, dann werde ich irgendwo, dann bin ich schon weit gelaufen und werde von denen wieder gekascht und mitgenommen. Und da hatte ich keinen Bock drauf irgendwie, weil ich, also das kann, was ich als letztes ausstehen kann, ist sowas, ehrlich gesagt. Ja, bei mir war es so, ich habe mir dann vorgenommen, wenn schon keiner da ist, an dem ich da mich orientieren kann, reden kann oder mitmachen kann und ich sehe, dass ich zu sehr jetzt, ja, selber noch nicht die Kraft habe, einfach alles alleine anzupacken, wäre richtig gewesen, ne. Also rückblickend bin ich der festen Überzeugung, ich hätte mit 13 oder 14 auf die Straße gehen sollen, ne. Auch alleine. Habe ich Jahre meines Lebens vergeudet, ne. Und habe noch nicht Menschheitsfamilie gelebt, die in die Lebewesenfamilie sich integrieren will. Aber ich habe mir zumindest gesagt, ich möchte im Kopf ehrlich bleiben. Ich möchte ehrlich denken. Ich möchte mich nicht belügen. Ich möchte mich auch nicht von anderen belügen lassen und reinziehen lassen in so eine heuchlerische, angepasste Soße. Ehrlichkeit. Ehrliche, weitere Sinnsuche mit diesem organischen Denken. Ich habe damals schon angefangen, meinen Schenker-Grundsatztext, den Öhm-Text da zu schreiben. Das erschwert einiges nach meiner Erfahrung. Also ich war auch immer sehr ehrlich und bin sogar dafür, dass ich öffentlich teilweise gesagt habe, dass ich meditiere vor meiner Physiotherapie-Klasse damals, wo ich in der Schule war, haben die mich ausgelacht. Was, du meditierst? Was machst du da? Also warum? Oder haben irgendwie meint, ja, wie macht man das denn? Und haben sich dann, haben das so nachgeäfft und sich über mich lustig gemacht. Und ich habe halt oft gelernt, eigentlich ist Ehrlichkeit manchmal in der Öffentlichkeit ein Nachteil. Aber ich bin trotzdem ehrlich geblieben, auch wenn ich wusste, dass es mir manchmal schaden kann. Weil so hat sich die Spreu auch immer vom Weizen getrennt. Und als ich von der Schule da weg musste, weil ich da rausgeflogen bin, hat meine Klasse da gestanden und geheult. Das war zweieinhalb Jahre später. Und das hat halt auch, denke ich mal, gezeigt, dass es eben nicht darauf ankommt, ob man erst mal gemobbt wird, sondern darauf ankommt, dass man halt bei sich bleibt und seine Art und Weise zu leben weiter durchzieht. Auch wenn die vielleicht in diesem System nicht funktioniert oder nicht so reinpasst wie bei allen anderen. Ja, bei mir war es eher so, dass ich zu einem geachteten Außenseiter wurde. Weil, also mein Leben verlief natürlich auch sehr geordnet dann. Also ich wurde in der Schule zum Streber, weil ich habe geguckt, wie kann ich mich meine geistigen Fähigkeiten so gut wie möglich ausprägen. Und war dann bald da so was wie ein Überflieger. Entschuldigung. Und dann kam dazu, dass ich auch körperlich und hinsichtlich der Selbsterfahrung oder so mich entwickeln wollte, so gut ich kann. Führte als Student dazu, dass ich abends meine 500 Liegestützen am Stück gemacht habe, bevor ich ins Bett gegangen bin. Weil ich wollte mir sicher sein, dass mein Wille der Herr im Hause ist. Und die Regie auch hat über mein Leben. Und nicht irgendwas anderes mich fremdbestimmt. Weder von außen noch von innen. Ich habe die ganzen Sinnlosigkeiten nicht mitgemacht. Ich habe nie geraucht. Ich habe nie getrunken. Also war nie betrunken. Ab und zu ein Glas Bier ist ja nicht unbedingt gesundheitsschädlich, wenn es da so wiebe. Ich war bei keinen Partys. Ich habe laute Musik gemieden. Ich habe versucht mit Menschen nur, wo es ging sinnvoll zu reden. Und da eben auch weiterzukommen. Also ich war auf die Art und Weise ein, kann ich sagen, durchaus geachteter Außenseiter. Meine Familie hat das respektiert, wie ich mich dann entwickelt habe. Also keiner ging mit in Gedanken oder so. Aber sie haben das eben so achtungsvoll aus dem Abstand betrachtet und durchaus geschehen lassen. Anders war es dann schließlich, als ich nach meinem Studium, was ich auch ehrlichkeitshalber nach ein paar Wochen hätte abbrechen können, weil das ist keine... Also ich habe Theologie und Philosophie studiert, weil ich mir dachte, das sind die Wissenschaften, die für die Beantwortung dieser Orientierungsfragen zuständig sind. Die Philosophie für Sinn und Moral, ungebunden an irgendwelche Religionen und christliche Theologie, habe ich studiert, weil es eben da innerhalb des religiösen Kontextes um die Beantwortung dieser grundlegendsten Fragen ja eigentlich gehen müsste. Die Nacht war lang, tut mir leid. Überhaupt kein Problem. Und dann war es so, dass ich eben gesehen habe, an der Universität, das wird nicht wirklich ernsthaft verfolgt, sondern das ist ein bezahltes Geschäft mit Bildungswissen. Den Leuten sind die bürgerlichen Berufe viel wichtiger, als da jetzt irgendwie zum Überzeugungstäter zu werden und aus den Grundstrukturen auszuscheren. Das sind so feste Schemater, die da unterrichtet werden, denke ich mir mal. Ich war zwar nie an der Uni, aber ich kann mir das halt schon vorstellen, dass das sehr strikte Strukturen irgendwo auch sind und wenn man nicht einen guten Tutor hat, dann kann es halt gut sein, dass es auch sehr langweilig wird. Ja, also mit den Schemater, das glaube ich noch nicht mal. Ich glaube nur, dass die Leute auch da sogar, wo sie wertvolle Inhalte behandeln, sie nicht ernst nehmen, im Sinne daraus ein Lebenskonzept zu machen. Also ich konnte dann, indem ich einfach selber mir mein Programm gestaltet habe und da dann zum Teil gegen Widerstände auch durchgesetzt habe, ich nenne ein Beispiel, ich habe meine Abschlussarbeit im Studium über Mahatma Gandhi geschrieben, im Fach katholische Theologie. Und war Gandhi ein Hindu. Das hat mich einiger Überzeugungsarbeit bedurft, dass ich dem Professor für christliche Gesellschaftslehre erklären konnte, dass ich über Gandhi schreiben wollte. Ich habe einfach gesagt, Sie haben doch Ihr Forschungssemester letztens in Südafrika gemacht. Da hat Gandhi mit seinen Wirken angefangen. Das ist doch eine tolle Brücke und so. Und ich nehme noch mit rein, welche Wirkung er auf Christen hatte. Und so konnte ich das hinbiegen, dass er das geschluckt hat. Er war nicht begeistert von der Arbeit, aber er hat es geschluckt. Also insofern gegen gewisse Widerstände konnte ich mich da mit Inhalten beschäftigen. Ich habe die Originalliteratur von Gandhi gelesen, bis meine Eltern mir Augentropfen kaufen mussten, weil ich die Nächte durchgemacht habe und dann meine Augen so rot unterlaufen waren und sowas, dass das eben nicht mehr ging. Also man kann natürlich da, indem man so sein Programm sich selber macht und da das Beste rauszuholen versucht, kann man das machen. Aber dafür hätte man die Uni nicht gebraucht. Dafür hätte man die Jahre nicht quasi wegschmeißen müssen. Die auf der Straße im Leben, also mit denselben wirklich wesentlichen Inhalten, sich hätten beschäftigen können und da eine Weiterentwicklung gebracht hätten. Ich hätte die Bücher auch mitnehmen können im Rucksack. Und mir immer mal wieder eins leiden lassen könnten. Aber gut, das war das. Der große Widerspruch kam erst, als ich meine Berufsausbildung quasi fertig hatte, das Studium, und gesagt habe, ja, also Jesus hat aus meiner Sicht schon in vieler Hinsicht das Richtige auch gesagt, kann man das heute, also auch wenn die anderen es nicht machen, kann ich heute ein solches Modell leben? Das habe ich auch die Kirche gefragt, habe gesagt, kann ich in die Gemeinden gehen und kann sagen, Jesus war für Dienen statt Herrschen, Jesus war für geschwisterliches Teilen, liebevolles Schenken statt Abrechnerei miteinander, kann ich hingehen und kann ich solche menschheitsfamiliäre Gemeinschaft ganz im Sinne von Jesus tatsächlich umsetzen. Und dann hörte ich, dass der Direktor dieser Priesterausbildung dann mich beiseite nahm und mir sagte, ist ja toll, Herr Wachner, wie Sie sich beschäftigen mit solchen Gedanken wie Gewalt, Freiheit, Liebe und so weiter unter den Menschen und Gandhi, aber ich muss Ihnen sagen, dass Sie mit diesen Einstellungen nicht zum Priester geweiht werden, weil die Kirche sucht Priester, die den Menschen beistehen bei den tausend kleinen Sorgen und Nöten, die sie haben in ihrem bürgerlichen Leben, als Geldverdiener, als Familienvater, als Wähler, Staatsbürger. Und die Kirche möchte keine Priester, die hingehen und den Menschen erzählen wollen, dass diese Grundstrukturen, das Geldverdienen, die eingeengte Kleinfamilie und das staatsbürgerliche Leben, dass das grundlegende Fehler sind, Fehlstrukturen. Und da habe ich ihn noch gefragt, Herr Direktor, was meinen Sie, was würde Jesus dazu sagen? Und er antwortete, das ist an dieser Stelle irrelevant. Hier geht es um das Berufsbild der Kirche für ihre Priester. Und da habe ich gesagt, ja, wenn das an der Stelle nicht relevant ist, dann gehe ich besser meinen Weg mit diesen Werten und Inhalten und ohne die Kirche weiter. Aber auf keinen Fall würde ich etwas, was im Wesentlichen richtig ist, opfern, jetzt um da einen Job zu kriegen. Also im Prinzip ist das eine Schafhüter-Ausbildung. Ich hüte die Schafe des Volkes, damit die auch schön ruhig bleiben und schön weiter im Staatssystem, in den gegebenen Strukturen, sage ich mal, mitlaufen. Und brav da weiter mitmachen und erteile immer schön die Absolution, damit man dann auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen kann, wenn man sich ja sonst nicht frei fühlt, sozusagen. Ja, jedenfalls sind wir ja sehr, also im seelsorglichen Bereich, auch was psychologische Gesprächsführung, Einfühlsamkeit und so weiter angeht, sind wir da ja ausgebildet worden. Es war durchaus so, dass manche von den Theologiestudenten auch von der freien Wirtschaft dann angeheuert wurden, so als Personalmanager oder ähnliches. Durchaus im Sinne, dass es den Leuten gut geht, auch wenn vielleicht die Gehaltserhöhung nicht gewährt wird oder so, oder dass das da ersetzt werden kann. Also es gibt schon Funktionen, in denen so ausgebildete Menschen wirklich auch als Beihelfer fürs Opium, fürs Volk eingesetzt werden können. Ja, natürlich. Aber das führt jetzt zu weit. Noch mal zurück auf diesen Ort hier. Ja. Also das ist eine Wiese, die ist entstanden, dadurch, dass... Weil Gott sie geschaffen hat. Nein, ich meine, dadurch, oder ich sage mal, das Projekt hier, das hast du ja ins Leben gerufen, im Prinzip. Mit anderen gemeinsam. Ja. Also ich bin hergekommen, das war, ich glaube, 2011, habe dann hier ein paar Leute auch kennengelernt. Vor allem war meine Bezugsperson dann erstmal der Udo Wierlemann, ein Transition-Aktivist, der dann auch den Bezug hier zur Wiese hatte. Den habe ich ja gestern auch schon kennengelernt, vorgestern. Ja. Und Ende 2012 haben wir uns dann bei einer Infoveranstaltung zusammengesetzt, auch mit dem Vorstand der Transparek-Genossenschaft, der Besitzer dieses Grundstücks ist, im bürgerlichen Sinne. Und da war diese Idee schon mal da, hier die Wiese zu nutzen für so ein Pilotprojekt, ein Modellprojekt für ganzheitliche Permakultur. Permakultur ist bekannt als Methode, mit Gartenbau oder Landwirtschaft umzugehen, im Sinne, so naturintegriert wie möglich, so naturnah wie möglich. Und dass man statt der Umgrabereien, Flügerei und Pestiziden, Insektiziden und Dünger und was weiß ich, möglichst sich an die Kreisläufe und Gleichgewichte der Natur so hält, sodass das eine eigene Stabilität gewinnen kann. Man im Grunde genommen dann nur hingeht, ein paar Eingriffe macht und erntet, was die Natur mit ihren wildnaturnahen Zusammenhängen so hervorbringt, sich selbst überlassen oder aus eigener Kraft und Steuerung. Und wir haben gesagt, ja, ganzheitliche Permakultur, wir Menschen sind auch Teile dieses Biokosmos, dieses Ökosystems. Wir müssten uns fragen, nicht nur, was ist eine permanente Kultur, Permakultur, bezogen auf die Pflanzen und Tiere, sondern was bedeutet permanente Kultur, dauerhafte Kultur, nachhaltige Kultur, auch bezogen auf die Integration des Menschen, was bedeutet es für seine Spiritualität, sein Sozialverhalten, für die politischen und ökonomischen Strukturen. Das müsste eigentlich alles auch mitbedacht werden, um wirklich zu überlegen, wie kriegen wir eine dauerhaft, dauerhaft lebensfähige Kultur hin. Also in dem Sinne sollte das hier für solche ganzheitliche Permakultur schon sein. Und dann kam Ende 2014, Anfang 2015, noch ein Impuls dazu, dass nämlich das Mainstream-TV groß ansetzte, Sat.1 mit einer Sendung, die wollten sie erst Utopia nennen, nannten sie am Ende Utopia, wo sie gesagt haben, das ist jetzt das, was die Welt gerade braucht, die größte Sensation auch der Fernsehgeschichte. Wir geben Menschen die Möglichkeit, die Welt nochmal neu zu entwerfen. Wir setzen welche auf eine Wiese und sagen denen, nichts ist euch vorgegeben, ihr seid völlig frei, auch Regeln gibt es nur, soweit ihr sie euch gebt. In Amerika, die gingen bei der Werbung für Utopia sehr weit. No State, no Religion, no Difference between rich and poor and so on. Anarchie und Arbeitstreit zwischen vollkommenem Glück und totalem Chaos und da haben die also so ein paar auf die Wiese setzen wollen, um ein Utopia zu versuchen. Es war mir klar, auch als sie sich an mich wendeten, um noch ein paar Kandidaten vielleicht zu finden, dass das wieder so eine käufliche Unterhaltungsshow sein würde, nicht wirklich echt. War es auch nicht, ist auch nach ein paar Monaten in den Bach untergegangen, aber am Tag, bevor die anfingen, ich glaube, es war der 22. Februar 2015, fuhr ich mit meiner Frau aus, ich glaube, Bonn oder Köln zurück hier nach Stadt Allendorf und an jeder Werbefläche war dieses zu sehen, morgen startet in Utopia die Sensation und neue Welt entwerfen und so. Und ich hatte schon im Vorfeld dann als Alternative zu diesem Flop des Mainstream-TVs mir gedacht, das nutzen wir mal als Verstärkereffekt, wenn sich schon die Mainstream-Gesellschaft so damit beschäftigt, mit der Idee, mit dem Anliegen und nehmen das ernst. Ich habe mich an andere alternative Kreise gewandt und habe gesagt, gut, lasst uns doch sagen, wir starten Real Utopia. Und damit habe ich dann angefangen, also am Anfang, am 22. Februar war ich auch mit einer weiteren Person, einem Marcel dann hier auf der Wiese und wir starteten das, das war noch ziemlich winterlich, da kamen noch manche Schneephasen und ich habe am Anfang gesagt, ich zeige da auch gleich, wie radikal das geht, ich fasste erst mal ein paar Tage, dann habe ich glaube ich gesagt, 14 Tage ernähre ich mich auch nur von dem, was ich hier so finde, also auch die grünen Blätter, die im Winter zu finden waren, also all die wilden Himbeeren und Brombeeren hier, die haben ja auch im Winter ihre Blätter, kann man essen. Ja, das war der Start, hier auch noch diese Dimension Real Utopia mit der Wiese zu verbinden. und jetzt ist das ein sehr offener Rahmen hier, wo Menschen in so einer Richtung sich zusammentun können. Ich bin da natürlich sicherlich so was wie das wilde Tier, also ohne Papiere und Geld und habe ja jahrelang schon in einem Naturschutzgebiet in Sachsen auch dann von der Wiese so gelebt und von daher, es gibt hier ja auf dem Gelände auch verschiedene Abschnitte dann, so haben wir das vor, weiter hinten wird das sehr wild, auch verwaldet so und ich fühle mich ein bisschen also als Pate auch der Wildnatur vor allem. Also das ist dann sehr stark, nennen wir es mal den wilden Schenkerwald oder sowas. Dann gibt es hier diesen mittleren Bereich auch mit dem alten Wohnwagen, wo das Dach zumindest jetzt dicht ist und er nicht weiter durchfeuchten und durchschimmeln kann. Also der ist jetzt schön trocken und durchaus nutzbar auch wieder im Innenbereich und das ist also der mittlere Bereich, wo sich alles trifft, sag ich mal und nach links hin, wo das nicht so zu ist mit Bäumen auch da sagen wir, dass auch die kultivierteren Formen von Permakultur dann so einen Platz da haben können, wo man richtig auch Anbaubeete anlegt und Gewächshäuser vielleicht und auch was weiß ich alles und da ist auch schon ein bisschen was geschehen, da haben einige Leute schon angefangen Terrassenbeete anzulegen und Hochbeete und so und ja und im Scherz sag ich noch immer und ganz links am Rand kann dann das Raumschiff stehen, weil man könnte uns auch ein bisschen so sehen wie Botschafter aus dem 24. Jahrhundert wer die Star Trek Serie kennt mit Captain Kirk und Mr. Spock und so der kann das dann vielleicht verstehen weil diese Star Trek Serie hat in ihrer Fantasie die Vorstellung dass im 24. Jahrhundert die Menschen vernünftig geworden sind und reif und machen nicht mehr irgendeinen oberflächlichen Blödsinn oder so irgendwelche Süchte und Kram oder Verbrechen und sie brauchen auch kein Geld mehr kriegen um das Sinnvolle zu tun die müssen nicht vom Staat gezwungen werden sondern die Menschen sind zur Einsicht gekommen jeder will freiwillig das tun was für alle gut ist und er muss weder sein Leckerchen Geld dafür kriegen und er muss keinen Zwang dafür kriegen insofern ist diese Zwangsgewalt und die Geldabrechnerei ist dann verschwunden und wir haben diese Gemeinwohlkultur diese tolle Gemeinwohlkultur ja und so habe ich schon auch einen alten Bauern den ich hier mal getroffen habe der das erstmal nicht verstand da habe ich gesagt sehen sie uns einfach als Botschafter aus dem 24. Jahrhundert die hier hergekommen sind und das hier auf der Wiese auch machen wollen als Bildungsprojekt für Zusammenarbeit mit Schulen mit Universität und so die werden bestimmt alle begeistert sein wenn man diese Reifeentwicklung heute schon so ein bisschen auf den Tisch bringen kann und sich damit beschäftigen kann ich meine die Begeisterung ist natürlich so eine Frage wie stark die ausbricht oder so aber kommt bestimmt vor dem 24. Jahrhundert auch dazu ja Begeisterungsstürme kann man ja jetzt auch nicht gleich erwarten also ich denke mal so Sachen sind immer Dinge die sich im Laufe der Zeit entwickeln können und auch werden und ich denke mal dass es halt immer auch immer mal wieder mehr Leute dahin zieht und dann wieder weniger dass es auch so schwankend ist und ich denke mal also was ich jetzt so mitbekommen habe hier fehlt noch irgendwie vielleicht auch noch ein oder zwei Leute die so ein bisschen Konstante noch zusätzlich darstellen die einfach hier kontinuierlich was machen und ich baue noch ein Kernteam bis auf die Bereiche die du hier nicht verändern willst du möchtest ja hier gerade den Bereich um den Wohnwagen rum möglichst naturnah belassen den Rest halt noch ein bisschen mehr auszugestalten mit den Materialien die schon hier sind habe ich ja auch schon gesehen hier Gewächshausbau zum Beispiel oder da hinten eben das Beet noch weiter ausbauen vielleicht noch ein zweites daneben oder sowas und sich da noch ein bisschen regelmäßiger drum kümmern wobei Permakultur ja auch bedeutet dass man die Natur halt auch sehr viel machen lässt und ich denke gerade da ist so der Trick dass man dieses Gleichgewicht findet zwischen wie viel das ich wachsen ohne dass es den Pflanzen schadet die ich anbaue und wie viel muss ich denen auch irgendwie den Weg zum Licht und zum Wasser freihalten damit die nicht verdrängt werden oder mickrig werden und man überhaupt gar nicht mehr ernten kann und da ist natürlich dann auch immer die Frage dahinter wie viel muss ich denn überhaupt ernten bin ich jetzt auf einen hohen Ertrag angewiesen wie zum Beispiel in der kommerziellen Welt in der eben permanent gesagt wird ich muss jetzt für das Geld was ich ausgegeben habe an Samen die möglichst hohe Summe erwirtschaften die ich kann damit ich möglichst viel Profit und Gewinnspanne habe und das dann auch wieder weiter investieren kann oder halt mir selber in die Etage wirtschaften kann als Chef oder wie auch immer oder eben was hier jetzt passiert wir sind nicht darauf angewiesen erstmal dadurch da sind wir ja was den Sozialstaat Deutschland angeht auch in einer relativ positiven Situation und dadurch haben wir aber die Möglichkeit jetzt in Ruhe das zu entdecken und wieder zurückzufinden zur Natur und nicht die Natur zu drücken in eine hohe Geschwindigkeit in einen massiven Leistungsdruck der ja auch unsere Gesellschaft im Prinzip zerstört hat die wir mittlerweile so langsam peu à peu rausfinden zumindest glaube ich merkt man das weil es überall bröckelt und ja und eben zurückzugehen also drei vier fünf Gänge runterzuschalten und erstmal wieder im ersten Gang hier ganz gemächlich schauen was ist hier was kann ich davon verwenden wie kann ich lernen das mir auch schön zu machen ich sehe das nicht ganz so puristisch wie du jetzt von wegen wir müssen jetzt alles nur noch direkt von der Natur am besten essen und gar nichts mehr selber herstellen kochen oder so gut da bist du auch nicht ganz dogmatisch denke ich mal aber ich sehe das halt sehr variabel das heißt ich würde versuchen möglichst viel von dem was wir in der normalen Zivilisation in Anführungszeichen jetzt mal oder in unserer normalisierten standardisierten Gesellschaft als Luxus ansehen zu erreichen ohne diesen normalen Hintergrund von der kommerziellen Welt das heißt gut ich werde hier jetzt wahrscheinlich nicht aus holzenden Computer zusammen kloppen aber was ich damit meine ist halt wie kann ich lernen in Einklang mit der Natur die Energie zu gewinnen die ich brauche für Geräte oder für eben Wärme im Winter wie kann ich dafür sorgen dass ich das ganze Jahr lang frisches Essen habe vielleicht sogar aus einem Gewächshaus was ich mit Kompost beheize oder sowas und das wären halt meine Ziele für so ein Projekt und ja ich würde natürlich auch gerne sehen wie wir die vielleicht hier implementieren können wenn das irgendwie da einen gemeinsamen Nenner gibt und ich glaube ja den gibt es auch irgendwo also ich sage mal so es soll ein offener Ort hier sein mit einem Leitfaden einer Richtung in die man da wirkt und sicherlich werde ich dabei sowas wie der nüchterne Wilde sein der ja auch eben nicht mit Sozialsystem erstmal da was braucht um unabhängig zu sein und anzusetzen und ich werde dann in vieler Hinsicht nicht so langsam machen sondern das was ich an anderen Orten auch schon gezeigt habe also wir können freiwillig Kaninchenmenschen sein wenn ich von der Wiese leben kann brauche ich keine Herrscher und keine Bosse kann direkt selbstbestimmt meine Souveränität an mich nehmen wieder und meine Träume entwickeln also gerade die Träume fürs Ganze auch sehen also Menschheitsfamilie in der Lebewesen Familie und kann das sehr direkt umsetzen also ich werde der sein der hier auch nur liebevoll schenkt und teilt und nicht irgendwie kommerziell irgendetwas macht und so weiter aber oder ich füge noch hinzu es hat mal jemand kritisiert am Projekt die Wiese wer so wild zugewachsen hier könnte man noch nichts mehr anbauen steht auch in der Zeitung dann diese Kritik und auch meine Antwort dass ich gesagt habe ja so war es aber auch ich brauche wenn ich hier zum Beispiel aus dem Wohnwagen rauskomme nur drei bis fünf Meter so gehen um den Wagen herum und habe immer meine diese Ratschlüssel voll ja ich sage dazu nur der Kirsch zum Beispiel oder einfach alles was hier wächst ich meine davon ist ja schon bald die Hälfte essbar was hier in der Umgebung ja genau und so sage ich wir Menschen machen uns unsere Probleme und auch unsere Arbeit unsere Beschäftigungstherapie in hohem Grade selbst wir arbeiten oft um weniger Lebensqualität zu haben die verarbeiteten Lebensmittel sind oft weniger gut nahhaft und auch kein so himmlischer Genuss wie naturbelassene Grundnahrung oder Urnahrung also wir machen uns viele Probleme und Arbeit und Sinnlosigkeit und Schaden durch unsere Arbeit selbst und das könnten wir wenn wir wirklich da nicht so süchtig wären sondern wenn wir nüchtern eben gucken was ist eigentlich wirklich sinnvoll sinnvoll für alle könnten wir uns da vieles ersparen aber ich sage mal so diese hohen Werte Utopia Real Utopia die Menschen die ganzheitliche Permakultur leben die hier eine Welt die gut ist für alle dann modellhaft vorbauen diese Richtung wird sicherlich dann hier so ist es beabsichtigt in verschiedenen Stufen und Gestaltungsformen umgesetzt ich habe schon gesagt vom Wildwald und ich stelle mir vor dass dann da so ein Paradiesgarten auch bei sein kann dass man durch Anbau alter Obstbäume erreichen kann dass man auch im Winter einfach die Äpfel direkt vom Baum nimmt also auch Bäume die im Januar, Februar die Äpfel tragen so dass man dann gar nicht mehr Lagerung, Verarbeitung Gewächshäuser und so weiter bräuchte sondern einfach durch den Paradiesgarten auch eben ständig nur erntet quasi genau das meinte ich ja auch dass vielleicht auch dadurch dass man es ein bisschen schützt die Winter sind ja auch nicht mehr so kalt meistens kann man ja vielleicht auch manche Dinge das ganze Jahr über anbauen es gibt ja auch Wintersalat ich bin da jetzt noch ganz am Anfang gutiger Anfänger was Anbau angeht aber ich denke mal hier wäre vielleicht ein guter Platz um das halt weiter auszuprobieren und zu lernen oder halt auch gemeinsam irgendwie da Ziele zu erreichen und ich denke mal dass das auch möglich ist und ich denke mal was auch was hier noch auch gut kommen würde wäre einfach so ein zwei Plätze die man die sich noch ein bisschen mehr so nach zu Hause anfühlen also ich meine jetzt ist hier der Wohnwagen und das Baldachin aber vielleicht wäre es auch schön noch eine Art Baumhaus zu haben oder irgendwas was nochmal so eine Art Küche oder sowas ich meine nicht jeder ist so dass er jetzt das Essen ganz unverarbeitet essen will ich bin selber leidenschaftlicher Koch ich koche gern ayurvedisches Essen und was mich interessieren würde wäre was kann ich aus den Pflanzen die hier überall wachsen auch die Wildpflanzen vielleicht kochen was nahe dem kommt was ich aus dem Supermarkt bekomme wenn ich ayurvedisch koche und trotzdem ähnliche oder diese Rezepte dann wieder naja nicht unbedingt nachzumachen aber eben ein ähnliches Ergebnis zu erzielen das dann auch lecker schmeckt und wo man halt sagt okay ich habe nicht das Gefühl ich muss jetzt auf was verzichten nur weil ich jetzt aus dieser Wiese lebe oder weil ich sehr naturnäher lebe ja wie gesagt es wird hier verschiedene Stufen und Gestaltungsformen geben ich selber lebe ja auch nicht nur jetzt hier auf der Wiese und nicht nur jetzt von den Wildkräutern ich lebe aber so und ich sage immer so der entscheidende Punkt ist aus meiner Sicht nicht die natürliche Selbstversorgung das haben die Urvölker bewiesen das beweisen auch heute noch lebende Naturvölker da muss man nicht unbedingt etwas nachweisen etwas beweisen um zu zeigen dass das geht aber es ist trotzdem wertvoll auch wertvoll für diese Rückkehr zur Natur eigene Naturgesundheit und Kraft und es ist wertvoll um da eben eine Basis für Souveränität zu kriegen für Unabhängigkeit und Selbstbestimmung aber es gibt etwas anderes was noch nicht bewiesen ist in dieser Weise und das ist der Kernfaden in meinen Augen ob wir Menschen eine Verantwortungsreife und ein Verantwortungsbewusstsein fürs Ganze entwickeln können auch miteinander auch in Sozialstrukturen wodurch wir global verantwortlich miteinander planen können diese Fähigkeit der Menschen zur global verantwortlichen Planungsgemeinschaft oder Planungsfamilie zu werden das ist nur sehr begrenzt bewiesen beziehungsweise steht in der Gefahr dass da eben gesagt werden kann ja vielleicht bei einigen Naturvölkern die auch noch nichts anderes konnten aber sobald der Mensch da in die Gier und in die Sucht und in den Fortschritt den sogenannten kommen kann apropos Sucht funktioniert das dann nicht mehr das Problem ist ja oder eigentlich die Lösung ist eigentlich dass wir wir sind befinden uns in einem ständigen Bewusstseinsentwicklungsprozess und wir müssen halt jetzt es schaffen diesen Bewusstseinsentwicklungsprozess von der Fantasie und dem Computer auf die Realität umzusetzen weil viele haben wie ich das schon jahrelang verfolgt hatten aber kaum Möglichkeiten und hier ist zum Beispiel so ein Ort wo das jetzt anfängt wo man das jetzt starten kann oder das jetzt auch schon angefangen hat dementsprechend was ich auch noch zeigen werde und das ist einfach eine gute Sache und sowas sollte man einfach noch wiederholen oder in anderer Form gibt es das ja auch schon in Form von Gemeinschaften aber wir müssen jetzt abbrechen wegen dem Regen nein brauchen wir nicht weil wir sind ja nicht aus Zucker nein aber das Ding da dieses Scheißgerät ist aus Zucker deswegen müssen wir jetzt was das angeht abbrechen gut dann sage ich mal als Schlusswort eben noch es gibt ja diese Stufen es können ja die Raucher sein noch die die das noch nötig haben die zum Teil noch mit Geld umgehen Leute die noch viel Spaß dabei auch haben müssen im Sinne von Geselligkeit miteinander was trinken und was weiß ich kann es alles auch geben und auch der mittlere Bereich hier vor dem Wohnwagen da ist es durchaus möglich dass da noch mehr die Wildkräuter weggemacht werden ich habe ja gesagt der wilde Schenkerwald ist dann mehr in der Richtung und hier im mittleren Bereich kann das auch kompromisshaft so miteinander gestaltet werden da ist vieles möglich und können hier Menschen die in einer solchen Richtung auf die gemeinsame Verantwortung fürs Ganze auf Menschheitsfamilie die sich in die Lebewesenfamilie wieder zurückfinden will können hier miteinander wirken und können gucken ob ein Realutopia entstehen kann guckt der Regen hört auch schon wieder auf und ich drücke es mal noch so aus wir haben da auch schon einiges drüber geredet es gibt auch Leute in unserem Team die sind echt bunt es gibt welche die fahren voll ab auf irgendwelchen Offenbarungen oder Channelings von aufgestiegenen Meistern es gibt welche die wollen Orgoniten bauen oder freie Energiegeräte herstellen und so etwas es gibt wirklich eine ganze Menge hier so auch mit Heilen und Hände auflegen und was es alles gibt ich bin da mehr so eben wirklich der der sagt ja gut das sind alles spannende Sachen vielleicht ich selber habe da nicht unbedingt so den Zugang zu ich bin so ein kritischer Rationalist aber wir können uns wirklich alle einig fühlen sicherlich bei diesen Grundwerten Verantwortlichkeit für das Ganze und so diese liebevolle Menschheitsfamilie lernen für Integration auch in die große Lebewesenfamilie und ich sage es auch immer so ob die Orgoniten funktionieren oder ob die Meister wirklich ihre Channelings da so zu uns runter senden es gibt normale Menschen so in der bürgerlichen Gesellschaft die daran ja noch zweifeln ein Stück weit und die denken oh muss das auch noch sein oder das ist doch mit Sicherheit nicht wissenschaftlich beweisbar und so und ich drücke es dann so aus ja ja das ist ich freue mich da auch wenn das mal unabhängig durch unabhängige Wissenschaft alles geprüft wird und Beweise dann so zutage treten was man damit alles Gutes machen kann ist das nicht auch ein Zwang das immer beweisen zu müssen muss ja nicht wenn es einem gut damit geht ist es doch toll ja ja ich sage ich freue mich wenn es so ist weil ich eben glaube es gibt auch Seifenblasen es gibt auch Illusionen und Filme und sowas und auch unwichtige Dinge mit denen sich Menschen beschäftigen wobei die größte Illusion meiner Meinung nach eigentlich das Geld ist weil das was die da an der Börse machen mit Milliardengeschacher jeden Tag das ist nicht real das hat mit der Realität weniger zu tun als Pinocchio oder Rotkäppchen oder sonst irgendwelche Kindergeschichten um das mal ein bisschen zu dramatisieren ja es ist einfach völlig daneben und da hat Handauflegen viel mehr mit der Realität zu tun weil dass ein Mensch ein Energiefeld hat ein elektromagnetisches Feld hat haben wir mittlerweile bewiesen aber dass dieses Geld was die da handeln an der Börse real ist das ist nicht bewiesen weil das ist nämlich einfach nur fiktive Zahlen in Computern die irgendjemand irgendwann mal da eingegeben hat und im Endeffekt haben realerweise unsere Währungen nur noch zu kleinen Teilen also weltweit nur noch wenige Währungen ein Goldbacking und das auch wenn dann nur zu 10% oder so das heißt 90% dieser Währungen sind einfach nur Fantasie und auch die Goldwährung ist ja eigentlich ein Witz weil es gibt sogar ein Mickey Mouse Heft wo drin stand dass das jemand also ein Mickey Mouse war das glaube ich kommt zu einem König und der König sagt ich habe hier ganz viel Gold in meinem Raum liegen und ich lasse so viel Gold wie ich habe Papier drucken das ist nochmal so viel wert wie das Gold was ich da liegen habe und Mickey Mouse denkt sich Mensch das ist ja eine clevere Idee ich verdopple einfach das Gold ich habe nicht doppelt so viel Gold aber ich sage einfach es ist doppelt so viel weil ich Papier gemacht habe was jetzt auch diesen Wert hat also all das sind letztlich menschliche Konventionen von denen man schon sagen kann da steckt viel an Illusionen und schädlicher Illusionen auch mit drin aber genau deshalb bin ich als nüchterner kritischer Rationalist mit seinem organischen Denken bin ich so gestrickt dass ich sage was ist denn eigentlich das allerentscheidendste und ist das vielleicht auf eine Weise so klar dass da auch keiner Beweisschwierigkeiten haben kann und da sage ich dass der Mensch fürs Ganze die Verantwortung übernehmen muss diese Verantwortungsreife haben muss und dass wir lernen müssen so liebevoll friedlich miteinander zu teilen wie Menschheitsfamilie in der Lebewesenfamilie jeder erlebt Familie er käme nicht ins Leben wenn er das nicht erleben würde da muss ich nicht beweisen dass es diese Liebesgemeinschaft gibt wo man so sich eins fühlt miteinander füreinander da ist friedlich sich einigen will miteinander teilen will liebevoll schenken will das muss ich keinem beweisen und ich glaube das ist aber doch der Kernschlüssel von allem ob wir mal freie Energie haben Orgoniten oder channelende Meister das ist die Frage aber ich drücke es mal so aus diese Liebe miteinander und Verantwortlichkeit wenn Menschen in der Wüste sind wo sie sonst nichts haben dann werden sie durch diese Liebe schon sich ein Paradies draus machen können und wenn sie es wirklich nicht mehr könnten in Würde miteinander zugrunde gehen können wenn Menschen alles haben aber die Liebe nicht dann werden sie aus jedem Paradies eine Hölle machen und da werden ihnen noch so tolle Techniken und Wunder und Offenbarungen und was weiß ich nicht helfen können insofern können natürlich viele Dinge ergänzend dazukommen zur Liebe und da freue ich mich dann auch über alles was es gibt was richtig effektiv auch tatsächlich wirkt Wirklichkeit sein kann aber die Liebe ist der Schlüssel die Liebe ist die Grundweichenstellung von der abhängt ob wir in der Wüste noch Paradies haben oder alle Paradiese verwüsten und deshalb bin ich vor allem für diese Liebe und die Form dieser Verantwortlichkeit und Liebe die mit anderen gemeinsam immer besser zu denken immer besser spirituell auch zu verankern durch Lichtliebesarbeit oder wie man da auch immer herangehen will für mich ist das so ein guter Ansatz und dass man hingeht und solche Liebesgemeinschaften miteinander bildet das ist die Kernformel wo ich dann auch mit all den vielen bunten Idealisten die hier so mitwirken wollen die Hauptwerkstatt gemeinsam haben aber ich denke jetzt noch an die Leute die vielleicht kommen und sagen na sind das jetzt nicht nur Hippiefreakigkeiten oder so ist das ernst zu nehmen mit so einem Ansatz und da kann ich sagen ja lange Jahre hindurch hatte ich das Gefühl dass ich da so ein Einzelfreak war oder andere ähnliche Einzelfreaks da rumgemacht haben und auch Schenkerbewegung die ich gegründet habe erschien vielen Leuten so als was total Abgefahrenes Freakiges völlig fern der Realität also die Menschen nehmen das 24. Jahrhundert vorweg die werden alle so Mr. Spock oder sowas oder leben jetzt die Jesus-Lebensweise diese Menschheitsfamilien und so erschien vielen ja total abgefahren also allein sich nur solche Ziele zu setzen völlig weg von den nüchternen Lebenswirklichkeiten mit denen man so im bürgerlichen Leben sich so rumschlägt und so und rumschlagen muss wie die Leute ja auch meinen und insofern gibt es was ganz geniales jetzt gerade in den letzten Jahren auch also viele Zuschauer wissen vielleicht es gab mal diesen Agenda 21 Prozess schon weil die Weltgesellschaft schon gesehen hat oder jetzt hier auch in Deutschland die Gesellschaft gesehen hat oh man wir erzeugen schon ganz schön viele Probleme vielleicht machen wir die Lebensgrundlagen kaputt wie können wir uns da retten und die Agenda 21 hat gesagt ja wir werden einen Technikfortschritt erschaffen hat aber auch schon gesagt ja wir müssen auch unsere Werte und unseren Lebensstil so mal ins Auge fassen aber das wurde damals noch bei der Agenda 21 ziemlich weggeschoben es blieb dabei dass die Leute letztlich gesagt haben irgendeine Technik wird kommen oder muss kommen um uns zu retten Lebensstilwandel Wertewandel wollen wir nicht beschäftigen wir uns nicht mit und nicht nur für mich war das frustrierend sondern nach also dem gescheiterten Umweltgipfel den es da gab haben sich dann einige zusammengetan prominente Leute auch und haben eine Initiative ins Leben gerufen die mittlerweile auch gewissen Raum gewonnen hat und zwar ist das die Erdkaterinitiative wo Gorbatschow der Dalai Lama Jane Goodall heißt sie glaube ich diese Affenforscherin und Leonardo Boff der Befreiungstheologe sich zusammengetan haben und sie haben in Gesprächen weltweit haben sie eine Wertekater aufgestellt diese Erdkater die versuchen will die Lücken der Werteorientierung der Menschheit zu schließen denn im letzten Jahrhundert hat es zwar die Vereinten Nationen schon gegeben und die haben ein paar Wertekater so aufgestellt die UN-Karte oder die allgemeine Menschenrechtskarte aber die UN-Karte hat sich überwiegend mit dem Verhältnis zwischen den Staaten beschäftigt und die Menschenrechtskarte überwiegend mit dem Verhältnis zwischen dem einzelnen Menschen und dem Staat da stehen auch einige gute grundlegende Weichenstellungen schon mit drin Artikel 1 zum Beispiel alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geiste der Geschwisterlichkeit begegnen also da könnte man auch schon diesen Ansatz der Menschheitsfamilie fast drin sehen aber es fehlen halt viele Bereiche noch im Zwischenmenschlichen und der Umgang mit der übrigen Welt mit der Natur mit den Pflanzen und Tieren große Leerstelle da hat man sich gar nicht eigentlich richtig mit beschäftigt und die Erdkaterinitiative die Leute wie Gorbatschow Dalai Lama und so weiter haben gesagt wir brauchen jetzt einen Lückenfüller wir brauchen es dass da eine Werteorientierung entsteht die auch für den Rest des Zwischenmenschlichen und den Umgang mit der übrigen Welt eine gemeinsame menschheitliche Werteorientierung darstellen kann und ihr glaubt es nicht was steht als Kernmotto oder als Kernrichtung in dieser Erdkater drin wir müssen endlich anerkennen dass wir eine einzige Menschheitsfamilie sind auch bei allen tollen Unterschieden die wir so haben eine einzige Menschheitsfamilie und dass wir lernen müssen uns in die große Gemeinschaft des Lebens der Erde was ich gerne eben Lebewesenfamilie nenne harmonisch zu integrieren also diese Kernorientierung ist nicht mehr nur die Sache von ein paar Freaks sondern mittlerweile auch die UNO hat das teilweise anerkannt die UNESCO es ist in die Bildungsarbeit eingegangen es gibt Material für Schulen was hier in Deutschland dann gestaltet wird im Rahmen auch der Erdkater Orientierung es gibt Städte in Deutschland die anfangen sich als Erdkater Städte zu definieren und so weiter und so fort das heißt es fängt an es ist auch eine unverzichtbare Entwicklung wir brauchen das unbedingt wenn wir an die Kinder der Zukunft ausreichend denken wollen und insofern ich kann vielleicht noch sagen Schenkerbewegung würde zu dem was auch die Erdkater da an Orientierung jetzt geben will noch ein bisschen vielleicht hinzufügen dass man diese Kernstruktur was heißt eigentlich jetzt Menschheitsfamilie das Zusammenleben ein Zusammenleben was ja nicht mehr durch Gesetzbücher und Geld geregelt wird sondern durch Liebe durch Einheit miteinander da kann Schenkerbewegung vielleicht noch hinzufügen dass wir uns gerade mit dieser Kernstruktur seit nun 26 Jahren so vor allem beschäftigen und ja da die Hauptzielrichtung haben während in der Erdkater schon sehr wertvolle viele sehr wertvolle Dinge stehen aber überwiegend halt solche ich nenne es mal Zwischenschritte wie dass zum Beispiel wenn ein Unternehmen da irgendwas Schädliches macht dass die Folgekosten auch von denen zu berücksichtigen und zu tragen sind die da den Mist anrichten jeder kann ja an Atomkraft und so denken also da stehen viele solcher wertvollen Dinge drin mit Haftung und Verantwortung und wer auch Kosten übernehmen muss aber die eigentliche Zielstruktur wird ja am Ende dann irgendwas sein müssen wo wir ohne Gesetzbücher und Geld lernen familiär, frei und verbunden miteinander umzunehmen oder unabhängig davon solange wir sie noch haben kann alles in Schritten sich entwickeln in Phasen, in Stufen Hals über Kopf ich sag auch nicht wir brauchen sofort Anarchie sondern ich denke die Menschen müssen ihr Bewusstsein so weit entwickeln dass sie lernen so kann man miteinander umgehen und dann werden Geldgesetze und solches eben obsolet und dann brauchen wir eben auch nicht mehr uns gegenseitig zu neiden oder irgendwas wegzunehmen weil wir uns sowieso alles geben das ist dann in meiner Fantasie ist das irgendwann ein ständiges geben und geben nicht geben und nehmen ist es dann wirklich nur noch ein geben und geben weil du gibst ich gebe alle geben und so hat jeder etwas es 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 Neu-a-Aa-Aa-Aa-Aa-Aa-Aa-Aa-Aa-Aa-A-Aa-A-Aa-Aa-Aa-At-G-E-A-Aaah-Aaah.